die hohe ihren schmuck hier vergessen hat hat sie wirklich auch nur technik röhrenbildschirm und alles was da drunter irgendwelche bananen kartons noch einen alten röhren fernsehen ja 3 2 1 wollen wir noch mal unterdauer torschätzt willkommen zu wir spielen heute ohne munition wir haben keine moni witzig wollte ich gerade auch sagen ich hab auch gut gelootet zumindest da wo es ging ja jetzt gar nichts mehr sehr gut dann wer braucht munition wenn man fäuste hat biceps hannes biceps wird auch festgestellt dass meine kinder einen heftigeren biceps haben als ich auf dem spielplatz einfach an diesen komischen dingern wo man sich ranhangeln muss weißt du ich will erstmal hier lang gehen gut die wiegen auch nur ein zehntel von mir aber auch guck mal munition kostbar noch was für mich geil maschinengewehr also das hier einfach den selbst zu öffnen documents also gegen gekickt nee der ist einfach aufgegangen gut ist nicht wie bei splinter second fiction wo du jemanden im verhör einfach gegen den also legst den kopf neben diese massive tür tritt dagegen die tür ist war eingeknickt aber sein kopf ist noch ganz ja okay das müsste eigentlich irgendwann auch mal spielen das ist der conviction das war schon ganz witzig damals ich hab nie ein splinter cell gespielt in die munition damit geguckt ah danke 60 schutz ich hab die mit domenik mal alle gespielt das war das mal der plan du hast doch auch mal irgendwas let's play bin ich der meinung ja 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 das war mit domenik ich möchte mich auch noch vage als asozial die pistolen money geklaut aber ich habe halt noch den den kommen wir nicht zu nahe starben ja der ist hier natürlich gold wert ohne muni sagt wie es ist hinter dem ding noch was versteckt gut ach so schrotzen muss man fast verdoppelt ja wow ich brauche halt vier schuss mit dem ding ne ich habe noch genau fünf ja deswegen habe ich noch ein bisschen gewehr munition das ist der ganze scheinmose scheiß hier ich wollte Gott sagen können wir den diesmal killen wir müssen wahrscheinlich auf dieses lustige dinge abschließen ich gehe schon aus ich gehe schon aus ich gehe noch kicken ich gehe noch nicht okay aber dann steht da irgendwann oh da kommen die nächsten da hinten pass auf die zielen schon auf uns ja ja warte lasse ich das machen ich habe ja ich mache ja one shot natürlich versteckt das geht in dem moment in der wand auch nein ich habe ihn gedurt jawohl sehr schön ich würde sagen warum kann ich ja nicht springen du musst einfach mittiger stehen alles klar ja es geht nur in der mitte ja ja ich habe auch gemerkt aua er hat mich aufs Beinchen geschossen er liegt da wo läuft hat er dich gekillt ja mich hat es gekillt ja crazy okay du ahnst das nicht das sah auch echt böse aus direkt weiter hier keine Zeit verlieren wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden haben wir nicht ganz so lange bis lords of the fallen kommt oder so ist es und dinks ist ja auch mittlerweile raus ne äh 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 assassin's creed ja das will ich ja schon am stream ach so auf sich gar nicht das will ich schon am stream du wohnst du dieser hannes hey ich muss mich ja entscheiden entweder die assassin's creed oder äh dingens und da du ja lords of the fallen sponsor ist ja das ist korrekt das ist korrekt ah reloader shabba das heißt dann gelernt diesen komischen drecksbieter nicht zu nahe kommen ja muss ich weil ich nicht die die warte mal warte hier waren wir nicht drin ja wenn hier mal keine moni sein wird also wenn ich hier schocko granaten nimm du immer wenn ich den schocko weil da ging sie mir anscheinend ja sehr äh gedehnts ach nee die sind für den granatwerfer fick dich ähm wenn ich die schocke musst du einfach auf diesen eiterpickl da schießen der da rauskommt das mache ich dann noch alles gut eigentlich ganz easy wobei die eiterpickl schon häufiger kommen also ich habe da irgendwie vier von den dingern kaputt machen müssen ja ja also nicht wenn er diese komische ist da um die mieter seine erste attacke ist ein charge direkt daran ich das den habe ich letztes mal halt einfach nicht abgekriegt weil ich einfach nicht so aber wir haben ja gelernt und ich das ist ja nicht doof doch das schon ein bisschen schon ein kleines bisschen hier ist sich von einem nehmen jetzt wieder nur die dings ja schon ich habe schon genug wird hast du auch hinter der tür genutzt ne hast du nicht hast du vergessen hinter welcher tür hinter der hier hä achso ne ne ekelhaft haa haa ok jetzt nachgeladen ok ja wenn man sein blödes ding wegschritte brötzt dann ist der echt relativ zügig down hinter uns schon die anderen hat sich unter menschlich durch gewollt natürlich salto kick ok der ist noch nicht tot haa ok ich glaube jetzt ist der es so jetzt kommt hier wieder ein fritzelbritzel ich weiß noch nicht lustig na gut nach diesmal hier hoch mal schau hoch ab noch zu gar hier hat kaputt ich stand halt so bei dem dritten pickel hallöchen das ist was für hannis ein schönes slipper in neu es gibt es bewegen würde ich mal den schalter man betätigt ja ist ja richtig das würde sich nur ganz kurz nach einem alarm an der eine bruder aber da haben wir gleich hinter uns was kommt der mich an check ja gute frage in der tat ich glaube das soll so sein ja so die von der anderen seite kommen auch noch welche auch klasse ja ja hinter dir was hab alle kannst mich rüberholen ich habe ihn auch gekillt aber ich loote hier noch mal schnell für hortnite ach so man trägt mich für die johle weißt du das ding ach so ne wäre ja quatsch wenn du es selber noch mal betätigen könntest so maschinengewehr ist langsam wieder gut gestockt dass er da nicht ruhig bin kann denn so lächerlich ja ja und jetzt noch mal komm hier alter ich glaube das was das pistolen ziehgeräusch ist dasselbe wie bei indiana johnson von babel ist wahrscheinlich irgendwie so ein stock ding da kann wahrscheinlich kostenlos irgendwo ziehen als entwickler da kommen noch mehr und schickte ein hatten fucking raketenwerfen aber das macht geschlossen im das adrenalin Ok, den einen habe ich, oh lol, den habe ich vielleicht vergessen, Moment, oh Gott. Boah, warte, der andere kommt wieder mit seinem Wasser, der Pinky. Ja, äh, ausrüsten. Ich habe ihn gekillt, da kommt noch einer mit lustigem Dingskopf, gut. Kein Problem, haben wir. Die Muni nehme ich dankend mit. Ach, da drin ist noch einer, da kommt gleich noch mal einer mit RPG. Ja, ist da. Ja, nur dass du schon mal vorgewarnt bist. Okay, ich sehe nur, wie die fliegen, die Kadaver. Oh, was wird der Zug? Oh lol, das war auch neu. Das ist ja, der drin ist auch noch einer mit RPG. Legit noch zwei Sekunden passiert. Für mich neu. Oh. Oh nein. Na, geht doch. Er hat keine Muni getroffen, der Wichser. Ne, hier draußen nicht, also auf der anderen Seite liegt noch was. Okay. Hier, hier hinter der Wand. Oh, was ist das hier schönes? Königlicher als Gette. Oh, ihren Schmuck hier vergessen, aber was. Hat sie. Ja, wirklich auch nur Technik, ne, Röhrenbildschirme und alles sowas. Da drunter irgendwelche Bananenkartons. Da drunter nur einen alten Röhrenfernseher. Und riesengroße Knöpfe. Ja. Damit du bloß den richtigen drückst. So süß. Und selbst schließende Türen, die ich auch nochmal aufkicken muss. Danke dafür. Danke dafür, Alblali. Natürlich. Na, sind scheiße. Wie, wie, wie. Boah, wenn du mir dein Kraut irgendwie geben könntest, dann könnte ich die kombinieren. Und dann... Du könntest deine Elektrogranate mal wegschmeißen, die du da hast. Dolen, Schrott, Blend... Ist das eine Blendgranate? Ja, oder das. Das... Sehr gut. Ich habe kombiniert. Ich habe dir nochmal Grün gegeben. Thanks. Das Spiel gibt uns Muni. Hm. Diesen Raum kennen wir doch. Hm. Oh ja, stimmt. Back to fucking square one. And again. Nein. Aber das hat gut Gewehr-Munition. Das ist kostbar. Das ist wichtig. Und richtig. Aber Bananenkartons, ne? Und dann so ein Ding. Ja. Und hier sind wieder die Flatscreener, ne? Da weißt du Bescheid. Was ist das denn? Warte hier. Ah! Okay. Natürlich an den riesigen Hebeln ziehen. Ja, ja, ja. Alles Hightech. Aber dann musst du irgendwelche komischen Hebeln ziehen. Oh shit. Oh shit. Nur Menschen hier drinne. Karussell, hui. Oh, hallo. Sie schießen von da hinten, die Bastarde. So. Oh wow. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Ja, ja. Mir wird schwindelig. Oh nein. Steffi würde kotzen. Oh nein. Ich habe alles daneben gesetzt. Ich lasse es. Die Treffer ist jetzt eh nicht mehr. Stimmt. Wir drehen uns ja hoch, ne? Ich kann nicht richtig. Warte. Ich lauf gegen den Uhrzeiger so. Ich bleibe sogar oft für schnell. Ach, fäng dich doch. Oh man. Haben wir das jetzt damit angehalten? Oder noch schneller gemacht? Oder was ist seine Mission gewesen mit dem Hebeldenken? Geil. So. Naja. Ja. Something. Oh nein. Oh lol. Ja, ja. Ja, ja. Arbeite dran. Heimlich mal. Das hat ja wie. Vielleicht sollte ich da auch lieber mit der Pistole Einzelschuss machen. Oh. Oh. Jetzt ist auch egal. Bewegt sich das wieder? Ja, lustig. Ja, ja. Der eine, der den Hebel gezogen hat, den müssen wir abschießen. Okay. Das wird jetzt bestimmt noch einmal passieren. Ja, mindestens. Ich höre es doch schon wieder. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Hä. Nur Gameplay-Mechaniken. Oh, Mensch. Das ist aber auch immer so Hackordnung, ne? Einer ist der Chef, macht das, und der andere ist dann so der Depp, der schießen muss. Wo stehen sie denn? Hast du sie? Ein Visier? Nee, falsche Seite. Hier. Weiter. Mal gucken, wo sie sind. Hä? Nein. Ach da. Der eine hat auch gut Cover gehabt, er hinter dem Teil. Ah. There he was. Wie hoch das einfach nur ist. Ja, gleich geht's nicht höher. Jetzt sind wir gleich wieder bei den Blumen. Ganz großes Kino. Hm. Und so diesmal. Oh. Er kommt weiter unten. Oh. Da kommt eine ganze Menge. Na oben, oben, oben. Ja, eine Granate hier. Habe ich. Ich bin voll in den Schritt geschossen. Ha, 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 ha. Ach, wow. Der hat einen Helm auf. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Oh, wow. Schöner. Nur Fleischklöpse, die da jetzt rumliegen. Das heißt, wir sind jetzt runtergegangen, um wieder hochzufahren. Äh. Ja, Videospiellogik. Wegverlängerungsspiralen. Aber neue Tür. Große Tür. Leere Tür. Oh, guck mal, Bergbau. Hatten wir ja noch gar nicht. Ah, gleich wieder großer Szenenwechsel. Weißt du, Hightech-Labor und dann komischer Maya-Tempel. Ehe. Legit. Du denkst, Axel ist hier? Wenn wir herausfinden wollen, werden wir die Brücke hochladen müssen. Dann müssen wir die Kontrollen lösen. Vielleicht werden sie nicht gebaut werden. Das ist der Weg. Und hier ist ein Fuller-Schalter. Da vorne ist auch noch was zum Kaputt schlagen und looten. Und dann können wir die Brücke hochladen. Das ist Gewehrmonie. Und dann gibt's keinen Strom mehr. Ja, ich komm mal. Ja, Strom machen wir wahrscheinlich hier drinnen an, wenn ich das richtig gesehen hab. Ah, von innen verriegelt. Ich hab einen fucking Laser gesehen. Das war ich. Was? Ich mach mal einen Stromkasten hier das Ding an, ne? Okay, dann mach ich das andere Ding hier runter. Ja. Ah lol. Ja, dann hoch da. Achso, kann wahrscheinlich nur einer. Äh, ich wollt grad sagen. Dann geh du. Mach mich mal hoch. Kontrollpunkt. Oh ja. Wie lange du dann einfach warten musst, bis sie dann rüberspringen können. Oh nein. Ich hasse die Viecher. Alles gut. Du hättest, du hättest hochgehen sollen. Oh nein. Oh nein. Okay, der ist tot. Der ist auch dead. Ging noch. Ja, der ist aber easy, hast ja recht. Weil die Musik halt leider immer noch bedrohlich ist. And there goes the next one. Okay. Hannes sagt so, nein. Ich beschütze Huwe. Ja, nur leider kriegen wir jetzt das Löwenherz nicht. Schon belastend. Und wo? Ich hör hier irgendwie noch. Einfach, einfach laufen. Ich mach. Okay. Einfach laufen. Mal die Harmonie. Da ist einer hinter dir. Den hab ich nicht rechtzeitig bekommen. Okay. Alles gut. Okay. Da kommen ein paar mehr. Ich werd die wegschrotzen. Oh lol. Wie weit der springt. Alter. Wie viel Schrottsschüsse die brauchen. Ach. Ey, das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Jetzt sind die Bastarde jetzt zu zweit. Oh. Da ist noch einer. Alles klar. Ja. Okay. Er hat mich. Ja, moin. Da waren. Drei. Hm. Okay. Aber das ist gut. Also. Weil jetzt kommen wir ins Vinyl. Ich kann die Auto-Sniper aufrüsten. Und dann ist das alles ein bisschen einfacher. Siehste. Alles. Nur. Ja. Taktik. Ja. Wir haben ja auch Schätze, die wir verkaufen können. Das auch. Oh, 19.000. Das schmeckt. So. So. Könnte ich eigentlich mal meine. Trotzdem ein bisschen verbessern. Die waren mir gerade schadenstechnisch. Mir ist nicht gefallen. Okay. So. Ich kann noch einen. So. Okay. Mehr Geld habe ich nicht. Er hat jetzt sieben Schuss. Zielfernrohr erhöht. Das ist Vergrößerung. Okay. Schießen sie mehrmals ohne nachzuladen. Danke. Jetzt weiß ich auch, wer eine halbe automatische Waffe funktioniert. So. Kann ich noch meine erste Hilfe-Strike kaufen? So. Dann nehmen wir das noch gleich mit. Aber. Wir machen hier einen Cut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis hin. Ciao, ciao. Tue für noch mal. Es zu sehen. Auf. Tue für noch mal. Tue für noch mal. Wenn es nicht geht. Tue für noch mal. Tue für noch mal. Tue für noch mal. Vielen Dank.